So Leute, wir werden uns heute über ein paar wirklich wichtige Sachen für Bitcoin unterhalten. Einmal kurzfristig, aber auch langfristig. Ich habe nämlich eine ziemlich wichtige Long-Term-Chart für Bitcoin gefunden, die uns zeigt, dass wir bei Bitcoin noch etwas Großes sehen werden. Und Leute, ihr wollt euch genau jetzt auf die ganze Sache vorbereiten, denn die Preisbewegung von 2013 bis 2017 ist ziemlich ähnlich zu der, die wir gerade von 2017 bis 2021 erleben. Und das gibt uns jetzt einen Hinweis darauf, dass wir noch einen riesigen Pump vor uns haben. Zu guter Letzt gibt es dann noch ein paar Updates über Altcoins von mir. Und damit willkommen zurück, meine Freunde. Mein Name ist David und ich bringe euch jeden Tag Krypto-Videos und zeige euch, wie man hier Geld machen kann. Falls ihr neu auf diesem Kanal seid, dann abonniert den Kanal und vor allem aktiviert auch noch die Glocke. Im Übrigen würde ich auch gerne noch einmal für alle Neuzugänge erwähnen, dass wir jede Woche ganze 100 Dollar in USD Tether verlosen. Also, wenn ihr Bock auf ein bisschen Gratis-Krypto habt und ihr wissen möchtet, wie das Ganze funktioniert, schaut euch auf jeden Fall das Video bis zum Ende an, denn ich werde im Laufe des Videos alles erklären. Außerdem, falls ihr Bock habt, meinen Kanal zu unterstützen, dann würde ich mich auch tierisch darüber freuen, wenn ihr dem Video mal einen Daumen nach oben gebt, wenn ihr kommentiert und das Video mit euren Freunden teilt. Okay, und genug um den heißen Brei rumgeredet. Jetzt lasst uns direkt mal mit Bitcoin anfangen. Und ja, dieses Wochenende hat ja schon mal ziemlich gut angefangen. Was man jetzt sehen kann, ist, dass die Flagge, über die wir gestern geredet haben, also hier, haben wir den Flaggenmast gehabt, dann sind wir in die Flaggenkonsolidierung übergegangen. Und diese Formation hat uns jetzt gestern gesagt, dass wir eventuell ein Breakout nach oben sehen könnten, mit einem Pump bis zum nächsten Widerstand, der sich in diesem Moment bei rund 51.000 Dollar befindet. Das Ding an der ganzen Sache ist jetzt, und das haben wir ja bereits auch schon in mehreren Videos besprochen, diese orangene Box ist unfassbar großer Widerstand, nichts, wo man jetzt einfach mal eben durchschießen könnte. Ich meine, lasst uns einfach mal in die Vergangenheit schauen, wo wir zu diesem Level gestiegen sind. Und das letzte Mal an dieser Stelle sind wir zunächst einmal abgeprallt, sind nach unten gegangen, haben Momentum gesammelt, sind wieder nach oben gestiegen, ein paar Mal zurückgeworfen wurden, bevor wir dann nach diesem Fakeout diesen riesigen Drop gehabt haben. Wie man jetzt also ganz klar erkennen kann, ist dieses Level unfassbar wichtig, das ist halt einfach ein riesen Widerstand. Sollten wir durchbrechen können, mit Volumen und mit einem Retest das Ganze bestätigen, dann könnte das mit einem erneuten Push zu 55.000 eine richtig gute Trade-Möglichkeit sein. Trotzdem, jetzt direkt unter dem Widerstand würde ich persönlich nicht in einen Trade einsteigen, auch wenn uns der Lux-Algorithmus hier ein Kaufsignal geben würde. Und, achso, im Übrigen, für all die Leute, die mich nach meinen Settings vom Lux-Algorithmus gefragt haben, ich fahre hier einfach auf Autopilot und diese Settings sind eigentlich immer ziemlich gut, meiner Meinung nach. Okay, jetzt lasst uns noch einmal zurück zum Kaufsignal vom Lux-Algorithmus kommen, denn wie ich bereits erwähnt hatte, wir haben hier beim Lux-Algorithmus ein Kaufsignal gehabt. Und zwar, wenn wir uns das Ganze mal anschauen, dann hat das Ganze hier bei dieser Kerze stattgefunden, als wir gerade mit der Bullenflagge angefangen haben. Was ich euch damals im Video allerdings auch gesagt habe, ist, dass man trotzdem vorsichtig sein sollte, obwohl wir hier beim Lux-Algorithmus ein Kaufsignal bekommen haben, wissen wir trotzdem, dass wir über uns direkt einen richtig großen Widerstand haben und deshalb würde ich auch auf jeden Fall aufpassen. Ich meine, klar, das Kaufsignal an sich ist ja gar nicht mal so schlecht gewesen. Wir befinden uns im Moment auch oberhalb des Levels, wo wir das Kaufsignal gehabt haben. Trotzdem, wir befinden uns auf dem Weg zu großem Widerstand. Ich schätze, jeder muss für sich selber entscheiden, wie risikoavers er ist und man kann ja auch beim Kaufsignal einsteigen und dann oben beim 51.000 Dollar Level wieder Profite nehmen. Oder noch andere Leute, die werden jetzt einfach darauf wetten, dass wir hier durch die orange Box durchbrechen können und dann in die nächste parabolische Phase des Bullenmarktes eintreten. Ich persönlich, obwohl uns die Charts das zeigen und obwohl ich fest daran glaube, dass wir bald in die nächste parabolische Phase des Bullenmarktes eintreten werden, ich persönlich wäre trotzdem zuversichtlich, in einen Trade einzusteigen, sobald wir die 51.000 Dollar nach oben durchbrochen haben, vor allem, wenn die Alternative dazu ist, direkt unter dem Widerstand einzusteigen. Nichtsdestotrotz, der Lux-Algorithmus sieht schon mal gut aus. Das Einzige, was wir jetzt schaffen müssen, ist über die orangen Box zu kommen und ich werde euch natürlich darüber auf dem Laufenden halten. Okay, und bevor wir jetzt mit diesen anderen wichtigen Charts weitermachen, möchte ich euch nochmal die logarithmische Wachstumskurve von Bitcoin zeigen, denn auch hier auf dem Wochenchart haben wir tatsächlich eine Rejection gesehen. Um genau zu sein, sind wir jetzt schon ein paar Mal an dieser dicken weißen Linie in der Mitte abgeprallt und für all diejenigen, die sich jetzt fragen, was das für eine Linie ist, hierbei handelt es sich um ein logarithmisches Fibonacci-Level. So, wenn wir jetzt einmal in die Vergangenheit schauen, was können wir uns der ganzen Sache lernen? Naja, 2013, da sind wir über die Linie nach oben gegangen und danach hatten wir erst einmal einen relativ anständigen Pullback nach unten. Aber zu dem Zeitpunkt, wo wir es endlich geschafft haben, diese weiße, dicke Fibonacci-Level-Linie nach oben zu durchbrechen, da sind wir in die nächste parabolische Phase des Bullenmarktes eingetreten. Wir hatten jetzt also hier die erste parabolische Phase und dann die zweite parabolische Phase, nachdem wir durch die weiße Linie gebrochen sind. Okay, dann lasst uns mal weitermachen. Wir befinden uns jetzt in 2017. Was man jetzt hier sehen kann, ist, dass wir 2017 unsere Probleme gehabt hatten mit der weißen Linie, sind erst einmal abgeprallt, haben es dann aber allerdings doch geschafft, noch einmal nach oben durchzubrechen und dann sind wir wieder in die nächste parabolische Phase eingetreten. So, dann kommen wir auch schon zur Gegenwart. Was können wir denn jetzt gerade sehen? Naja, zum einen haben wir es genauso wie 2013 über die weiße Linie geschafft. Danach haben wir einen relativ großen Pullback gehabt und jetzt sollten wir es tatsächlich schaffen, genauso wie 2013 wieder über die weiße Fibonacci-Level-Linie zu kommen, dann rechne ich damit, dass wir einen nächsten richtig großen parabolischen Pump haben werden. Wie gesagt, ich persönlich rechne damit, dass das Ganze genauso passieren wird. Ich meine, wenn man jetzt mal ein Bild hiervon machen würde, man schaut sich die Preisbewegung an und dann gehen wir mal zurück zu 2013, dann sieht man, wenn man das Ganze vergleicht, dass wir auch hier Riesenpreisbewegungen gesehen haben, dann einen Pullback und jetzt gerade. Also, ganz ehrlich, für mich sieht das alles hier im Grunde genommen fast genauso aus, wie das, was wir gerade erleben. Auf jeden Fall werde ich euch über die ganze Sache auf dem Laufenden halten und falls ihr auch nur irgendetwas aus diesen Videos lernen könnt, dann wäre es richtig cool, wenn ihr mal den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren könntet. Denn gleich kommen wir noch zum richtig spannenden Teil. Und klar, falls ihr mit den Traden anfangen möchtet, dann könnt ihr euch bis zu 1200 Dollar gratis auf Hamix besorgen und bis zu 2200 Dollar auf C-Trade. Außerdem, falls ihr auch selber den Lux-Algorithmus verwenden möchtet, dann könnt ihr 20% Rabatt mit diesem Link und dem Code stacker20 bekommen. Okay, dann lasst uns nochmal einen Blick auf ein paar Onchain-Daten werfen. Und was können wir jetzt hier sehen? Also, die schwarze Linie, das ist der Bitcoin-Preis. Die orangene Linie ist das illiquide Angebot von Bitcoin. Und was wir auch wissen ist, dass mit jedem Tag Bitcoin immer seltener wird. Zum Beispiel, Leute wie Michael Saylor kaufen Bitcoin mit der Intention, ihre Bitcoin nie wieder zu verkaufen. Und deshalb wird natürlich Angebot aus dem Markt rausgenommen. Es gibt also für diejenigen, die Bitcoin kaufen möchten, nicht mehr so viele Bitcoin, die sie kaufen können. Einfach, weil so viele Bitcoin mittlerweile langfristig in Wallets gebunden sind. Und das Ganze führt dann zu einem Supply-Schock, der dann wiederum dazu führt, dass wir massive Preissteigerungen sehen. Und was man jetzt hier erkennen kann, ist, dass das illiquide Angebot nach oben gegangen ist. Tatsächlich befinden wir uns in diesem Moment an einem Allzeithoch. Achso, und nebenbei, diese Chart wurde vom Bitcoin-Archive auf Twitter gepostet. Auf jeden Fall befinden wir uns jetzt hier auf einem Allzeithoch. Aber wir haben auch eine Divergence. Denn was man auch erkennen kann, ist, dass wir beim illiquiden Angebot ganz oben am Allzeithoch sind. Der Bitcoin-Preis allerdings, der läuft jetzt nicht ansatzweise so gut. Klar, der läuft jetzt auch nicht schlecht. Vor allem vor dem Hintergrund, dass wir 2020 und 2021 einen riesigen Bull-Markt gehabt haben. Aber man sieht auf jeden Fall diese Lücke hier, diese Divergenz zwischen den beiden Sachen. Und wann immer wir diese Divergenz gehabt haben, haben wir riesige Preisbewegungen gesehen. Beispielweise an dieser Stelle. Auch hier hatten wir eine Divergenz, wo der Preis nicht rechtzeitig nachgekommen ist. Aber früher oder später hat er es dann doch geschafft und wir haben uns dann hier an dieser Stelle getroffen. Dann an dieser Stelle eine weitere Divergenz. Das illiquide Angebot ist nach oben gestiegen und der Bitcoin-Preis ist nach unten gestiegen. Entsprechend haben wir dann einen Supply-Crunch gesehen, der wieder dazu geführt hat, dass der Bitcoin-Preis einen Pump gesehen hat. Und tatsächlich sind wir sogar in eine parabolische Phase übergegangen. Okay, dann lasst uns mal weitermachen. Und im Übrigen, bei dieser Chart handelt es sich lediglich um 2020 und 2021. So, was haben wir jetzt hier noch? Eine weitere Divergenz an dieser Stelle, wo das illiquide Angebot hier oben ist und der Bitcoin-Preis eher nicht so gut läuft. Aber auch hier hat es der Bitcoin-Preis geschafft, wieder aufzuholen. Und jetzt gerade, man kann sehen, zwischen 2020 und 2021 haben wir immer diese Divergenzen gehabt. Jetzt gerade haben wir auch wieder eine Divergenz. Und auch das bestärkt mich in meiner Meinung, dass wir in der nächsten Zeit richtig schöne Preisaktionen bei Bitcoin sehen können. Außerdem habe ich euch auch noch eine weitere Chart mitgebracht. Und was man jetzt auf dieser Chart hier erkennen kann, das ist einmal in Orange, da haben wir die Preisbewegung von 2013 bis 2017. Im Übrigen wurde auch diese Chart vom Bitcoin Archive gepostet. Und ich habe tatsächlich sogar George darüber reden hören. Also nochmal, Shoutout an George. Okay, und was haben wir jetzt hier? 2013 bis 2017. Wenn wir diese Kurve nehmen und wir legen das jetzt einmal darüber, was wir gerade 2017 bis 2021 sehen können, dann bekommen wir diese Chart hier. Das alte Allzeithoch bei 2020 ist natürlich das Ende von 2017. Und dann haben wir noch die Preisbewegung von heute. Die rot und grün eingezeichneten Kerzen, das ist natürlich die gegenwärtige Preisbewegung von 2017 bis 2021. Und die orangenen Kerzen, das ist die vergangene Preisbewegung, also von 2013 bis 2017. Auf jeden Fall, wenn man das Ganze übereinander legt, dann sieht das schon relativ ähnlich aus. Ich meine, klar, man hat hier und da mal seine Divergenzen, zum Beispiel die Preisbewegung in diesem Zyklus. Hier sind wir nicht so lange seitwärts gelaufen wie 2013 und 2017. Denn wie man hier an der orangenen Linie sehen kann, sind wir weiter seitwärts gelaufen, wo wir in diesem Zyklus nach oben gestiegen sind. Aber das Interessante bei der Sache ist, dass wir immer wieder nach unten zu der orangenen Linie zurückgesunken sind. Man kann jetzt also erkennen, dass der eigentliche Boden des Zyklus von 2013 bis 2017 eine ähnliche Wachstumsrate gehabt hat wie 2017 bis 2021. Jetzt gerade kann man so erkennen, dass wir im Grunde genommen fast exakt übereinander laufen, was die Preisbewegung geht. Das Interessante an der ganzen Sache ist jetzt, dass wenn wir so weiterlaufen sollten und wie bereits gesagt, das sieht alles ziemlich ähnlich aus, obwohl wir ab und zu mal ein paar kleine Divergenzen haben. Wir sind ja immer wieder zurück zum gleichen Boden wie 2013 bis 2017 gegangen. Sollten wir uns jetzt also in diesem Zyklus auch weiterhin an die Wachstumsrate des Bodens von 2013 bis 2017 halten, dann hätten wir unser Preissziel von diesem Zyklus bei ganzen 254.000 Dollar. Ich meine, ich will ehrlich sein, ich glaube nicht, dass wir bis auf 254.000 Dollar steigen werden, einfach aufgrund des Ertragsgesetzes. Aber trotzdem, 150.000 Dollar pro Bitcoin in diesem Zyklus ist definitiv noch im Spiel. Falls ihr die ganze Sache anders seht oder falls ihr mir zustimmen möchtet, würde ich mich darüber freuen, wenn ihr mir mal unten in die Kommentare schreiben würdet, was ihr darüber haltet. Und jetzt kommen wir zu einer weiteren Sache und zwar zu einem Altcoin, in den ich selber investiert bin und zwar DSpace. Dieses Projekt ist einfach ein Traum für jeden, der in Yield Farming involviert ist. Also für mich wird das auf jeden Fall eine richtig gute Sache. Und die haben jetzt ihren IDEO auf Pools, auf DuckDow und auf dieser Plattform hier. Jetzt würde ich sagen, lasst uns zunächst mal schauen, was das Projekt überhaupt macht. Ich meine, an sich ist es relativ selbsterklärend. Also, sollte man jetzt Yield Farming betreiben auf vielen verschiedenen dezentralisierten Exchanges und man hätte gerne alles auf einem Ort, an einem Dashboard und auch Crosschain, naja, dann ist das Projekt definitiv etwas, was man sich unbedingt einmal anschauen sollte. Außerdem können Nutzer NFT Assets kaufen, verkaufen, staken und transferieren und zwar unabhängig davon, auf welchen Marktplätzen sich diese Assets befinden. Also, es geht nicht nur um Yield Farming, sondern auch um NFTs. Aber auch das ist jetzt nicht alles, denn das, was mich am meisten interessiert, ist das hier. Der erste umfassendste DeFi-Aggregator, der es den Nutzern ermöglicht, über ein einziges Webinterface mit verschiedenen DeFi-Protokollen zu interagieren. Und die Nutzer können Descoins minen, wenn sie das Aggregator-Interface nutzen, um DeFi- und NFT-Transaktionen durchzuführen. Also, falls ihr jetzt mit Bifi Finance oder Autofarm vertraut seid, dann könnt ihr jetzt darüber denken, als wäre es etwas ähnliches, nur noch viel besser. Und Cross-Chain, wo ihr auch tatsächlich auf jeder einzelnen Plattform von einem einzigen Interface aus agieren könnt. Und, um das nochmal zu erwähnen, Cross-Chain. Das ist jetzt quasi das erste Projekt seiner Art und ich hoffe, dass sie es schaffen, auch das abzuliefern, was sie versprechen. Denn, ich weiß, für viele Leute, eingeschlossen mir, wäre das eine richtig coole Sache. Außerdem gibt es hier noch den Vorteil, dass sie ihren Native-Coin an jeden, der die Plattform nutzt, verteilen können. Auf jeden Fall wird das eine richtig interessante Sache werden für jeden, der Yield-Farming betreibt. Und ich bin der Meinung, ihr solltet euch das auf jeden Fall auch einmal anschauen. Wie gesagt, IDO ist auf diesen Plattformen hier. Und wir werden mal schauen, wie sich das Ganze entwickeln wird. Der IDO ist auf jeden Fall schon in zwei bis drei Tagen. Also, wenn ihr Interesse habt, solltet ihr das Ganze auf jeden Fall einmal anschauen. Den Link gibt es natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Okay, dann sind wir damit auch schon am Ende von diesem Video angelangt. Schreibt mir doch mal unten in die Kommentare, was ihr von dem Projekt haltet. Wenn ihr diesem Kommentar dann auch noch eure Binance Smart Chain Adresse hinzufügt, dann nehmt ihr auch automatisch an unserem Gewinnspiel teil. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Teilt das Video mit euren Freunden und wir sehen uns dann im nächsten Video.